Suga, Suga Diet! Suga Diet! Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Willkommen in Canggu. Ich bin heute morgen nach Canggu gefahren. Ich dachte, okay, das filme ich jetzt nicht, alles, wie ich fahre. Und zur Begrüßung gibst du erstmal den Hot Hot Pop. Nein, es wird natürlich keine Süßkeit gegessen, aber es steht extrem viel an heute und ich habe richtig Bock auf den Tag. Lucky, you ready? Lucky! Oh, Lucky ist auch am Start wieder. Und Leute, ich bin in der Pondok Kita angelangt. Wow, sehr dunkel ist dieser Raum, so ist natürlich besser. Ich war ja letztes Jahr die ganze Zeit hier, also fast die ganze Zeit. Das Ding ist, ich habe jetzt Unterkünfte eigentlich gefunden, die ein bisschen günstiger sind. Aber jetzt für die letzten Tage auf Bali gönne ich mir das hier quasi nochmal. Und ganz ehrlich Leute, es liegt einfach ran, hier macht es mich so happy. Es macht mir so Spaß mit Gune abzuhängen. Es ist einfach jedes Mal so so lustig und nächste Woche werde ich nicht mehr darüber nachdenken, ob ich jetzt 5 Euro mehr pro Nacht bezahlt habe oder nicht. Es ist immer noch günstig, es kostet glaube ich 20 Euro die Nacht. Ich bin jetzt 3 Nächte hier, 60 Euro. Gutes WLAN, that's my room. Am Editieren für den Vlog von gestern, den habe ich bzw. ja den Vlog von gestern oder heute. Den Vlog von gestern, den mache ich jetzt fertig. Das ist das Zimmer. Mit Bart. Nichts krasses, nichts spektakuläres, aber es macht mich einfach extrem happy hier. Und Leute, aus dem Grund starten wir brutals gut in den Tag, weil ich habe jetzt noch ein richtig richtig wichtiges Meeting. Eigentlich das entscheidendste Meeting überhaupt. Für nächstes Jahr. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Fahrer hat mir die beiden Sachen vor meiner Zeit bei Love Island geschenkt. Um ehrlich genau zu sein, ich habe sie nie getragen und es ist Zeit sie weiter zu geben. Gidi, you want it? Try it, try it, try it, try it. I'm not sure if you're gonna fit in here. So soft. It fits. Nice. So good. Happy Birthday. Yeah. Oi, oi, oi. Adventure beginnt. Yay, 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 yay. Wir sind auf Strand angekommen. Wooo. Kids, Schatz, wanna have fun, Leute. Woohoo. Wie geil das einfach ist. over. di, ush shipping alles exactly – Dang. grown, her, wuh, Daniel heart, mach, Isabela sind normal. Alleoustienia. Ich tin der Rande. Leute das ist so so crazy so so crazy aber my phone is dying so I got this got the app as well also leute es ist einfach zu krass es macht so viel spaß und wir ballern jetzt noch ein bisschen weiter es sieht aber so aus als würde die Drohnen nicht funktionieren weil es ein bisschen Mist ist so so ARD Text im Auftrag von Funk Okay Leute, das war einfach nur krass. Es hat so, so viel Spaß gemacht und es ist ein Reminder, dass man jeden Tag irgendwie Spaß haben muss. Ich probiere gerade echt jeden Tag einen Bali noch so krass zu genießen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Streetfood geholt. Das ist eigentlich nur Tempel, Omelette und ein bisschen roter Reis. Schmeckt so, so geil und es ist so simpel. Aber ich habe jetzt noch einen wichtigen Call nach Deutschland. Also Leute, beende ich hier den Vlog. Ich bin zurück. Ich bin heil, gesund zurück. Ich kann es kaum erwarten, euch das gesamte Video irgendwann zu präsentieren. Oh, oh. Ich merke, ich bin auch echt voll hart drinnen liegen. Ihr kann es kaum erwarten, euch das ganze Video zu präsentieren. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich schalte ihn auch morgen wieder ein zu Vlogmas, denn morgen kommt ein neues Video. Ich glaube, ich werde morgen das erste Musikvideo meines Lebens drehen. Das ist aber noch nicht sicher, weil ich auch noch auf die Bestätigung von den balinesischen Videografen warte. Aber ansonsten, Leute, sehen wir uns morgen zu einem neuen Vlog. Heide. Ciao, ciao.